Ja, liebe alle Mannen, ich freue mich, wenn es am Freitag wieder losgeht mit einer neuen Saison, einer neuen Mannschaft, die der Trainer Fuad Kielitz zusammengestellt hat. Ich kann mich sehr gut erinnern, als hier im Klömpchens-Club die letzte Saison beendet wurde und Trainer und Mannschaft mit uns Fans zusammen gefeiert haben. Das möchte ich auch diese Saison möglichst oft erleben hier im Klömpchens-Club. Ihr wisst, ihr seid alle sehr herzlich hier willkommen und nur zusammen schaffen wir es, dass die Alemannia wieder erfolgreich ist. Wir Aachen-Fans, wir sind der größte Investor und auch der beste Investor für die Alemannia und in dem Sinne freue ich mich auf eine ganz tolle Saison und am Freitagabend hoffe ich, dass wir die ersten drei Punkte einfahren können. Bis zum nächsten Mal.